Hm. Äh, ja. Eine Folge oder eine Episode schaffen wir, glaube ich, noch. Ein Kapitel. Erzroh ist verloren. Hm. Ich merke, wenn ich allein zu Hause bin, dann... Weiß nicht. Raste ich voll aus. Ich glaube, so laut hätte ich nicht die Star Wars-Milodie mitgezockt. Äh, mitgeschrien. Wenn ich nicht allein zu Hause gewesen wäre. Eiskalt weggekickt gerade, ey. Erzroh kommt nicht runter. Habt ihr es eben gesehen? Erzroh kam noch nicht runter. So, hier können wir rein. Lass mich allein. Geh weg. Geh weg. Ah, Mann. Lass die Tür zu. Danke. Ey. Was ist denn, Arsch, ey. Lass einfach nicht die Tür zu. Ah, ich kann den Mülleimer zerstören. Nice. Mülleimer zerstören. Dieses Hobby betreibt jeder. Heutzutage. Was wäre mein Leben nur, ohne Mülleimer zu stören? Ich glaube, ich würde nicht glücklich werden. Niemals. Heute komme ich auf Scheiße, Alter. Ohne Witz, ey. Ich war doch drauf. Okay. Ich hab das Gefühl, das wird wieder ein ziemlich langer Part. Ein ziemlich langes Kapitel. Ich glaube, wir rushen hier einfach durch. Ich glaube, wir rushen hier einfach durch. Denn... So viel kann ich hier eh nicht machen. Das bringt ja eh nichts. Wir können wahrscheinlich zu 100%. Äh, wahrscheinlich eh nicht zu 100%. Mann. Geh weg. Oh, ich will nicht. Doppeltpunktezone. Woo. Zack. Zack, zack. Ich greife gerade Luke an. Mann, Luke, steh doch nicht im Weg. Oh, mein Gottchen, du. Kann ich hier rufen? Nee. Mensch. Danke. Jetzt, wo wollte ich die haben? Nee, jetzt kann ich hier rüber schweben. Zack. Und kann nichts machen. Jutsch. Ja, komm. Wir gehen jetzt durch, durch das Level. Noch ein Part wollte ich nämlich nicht aufnehmen, denn ich kann bald Leute zocken. Bald sind die Videos hochgeladen, die ich hochladen wollte. Okay, Moment. Das ist doch schnell. Dein Ernst. Jetzt sag mir mal. Okay, gut. Das funktioniert. Aber ich kann hier noch hoch. Aber ich komme da oben nicht hoch. Zack, zack. Bam. Okay. Der hier hinten habe ich noch. Den habe ich gerade gesehen. Okay, da. Noch einer. Dahinter noch einer. Noch mehr. Alter, was ist denn mit euch? Was ist denn mit euch? So viele Gegner. Ich brauche dich zu 3 PO. Nein, ich habe arm verloren. Nein, ich habe arm verloren. Und noch ein Bein hat sie 3 Euro verloren. Nein. Geh weg jetzt. So was habe ich hier jetzt gemacht. Hä? Hä? Okay. Ich weiß es nicht. Hä? Ach, bin ich aus dem Bildschirm gegangen und deswegen wird das nicht aktiviert geblieben sein. Werden tun. Hä? Ja, es ist aktiviert. Achso, ich habe das Tor unten geblieben. Aha. Ja gut. Ich meine, habe ich gesagt, dass ich blind bin. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay, das kann ich nicht so zerstören. Geh mir hier weiter. Alter, was gibt es hier denn, ey? Ohne Witz würde ich das Level zu 100% versuchen zu machen, dann würden wir hier in 3 Parts zusammen. Ohne Witz, glaube ich. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Mann, geht weg. Nein. Weg. Weg, sagt ich. Kusch. Nö. Ich stehe drauf, mein Ernst. Nein, das da. Zöck. Kann ich das hier kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Hä, was habt ihr das jetzt gebracht? Hä? Okay. Okay. Tausende. In der Besen kann man sich doch nichts. Das geht nicht. Denn da oben kann er nicht hochlaufen. Aber er hat 2, kommt da hoch. Nein. Gib mir herzwo. Danke. Okay. Ah. Jetzt macht das alles viel mehr Sinn. Zack. Geht weg. Leutjens. Ihr seid hier. Ohne Witz. Einfach viel zu viel. Viel zu sehr im Weg. Hat Anakin nicht eigentlich auch jetzt ein Laserschwer? Der hat auch eins bekommen. Kann ich das jetzt irgendwie kaputt machen hier? Hä? Das ist mir nicht verwirrt. Ach, bestimmt in den Mülltonnen. Bestimmt in den Mülltonnen. Ja. Wer sagt's denn? Ich wusste es doch. Jetzt kann ich das darin bauen. Und das dorthin. Und dann das hier dorthin. Jetzt weiß ich zwar noch nicht, was mir das bringt. Aber es laufen mir auch einfach alle auf den Haufen. Das ist total dämlich. Ich weiß echt nicht, was mir das bringt. Kann ich das jetzt irgendwie kaputt machen? Nee. Ihr seid alle auf dem Haufen. Jetzt kann meine Macht nicht einsetzen, wenn ihr so nervig rumsteht. Wah. Das habe ich eben echt nicht gesehen. Äh. Nice. Guck mal her. Irgendwer. Nur nicht mehr. R2. Äh. C3. Wo. Zack, 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 zack. Hey da. Ah. Ach, komm. He. Äh. Nice. Ist der zerstört oder was? Warum bin ich jetzt runtergeflogen? Gegen der Explosion oder wie? He. Äh. Bom. 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 Gabott. 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 Bom. 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 Alter. Jungchens. Was ist denn mit euch? Geh weg. Du auch. Komm da raus. Ich hab den doch. Hä? Ich hab da. Oh, was ist das? Oh, no Witz. Wie haben. Wie scheiße haben die das denn bitte programmiert? Weg. 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 Du gehst da raus. Nein. 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 Einfach nein. So. Ich geh jetzt weiter. Nee, kann ich nicht. Ähm. Kann ich da rein? Ey, ist der Typ noch nicht besiegt? Leute, er war nicht besiegt, was? Ey, ich hab die Macht gegen dich benutzt. Mann. Das ist ja dumm. Manchmal benutzt du die Macht, manchmal nicht. Weg. Das ist ein bisschen dumm. So. Wir haben noch sieben Minuten. Sieben Minuten. Kommt mal alle auf meine Schalter. Hallo. Du sollst da durch? Mann. Hä? War ja ernst. Hä? Ich kann ja aber auch nichts machen. Ach, mit Luke. Okay. So, jetzt kommt's ja alle. Drückt auf meinen Schalter. Drückt auf meinen Knopf. Hm. Geil. Alle auf göra. Dippt, dipt, 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 dipt. Und alle auf den呢! Hä? Alles klar Aber wir haben das Level immer noch nicht fertig Alter Einfach nur Alter Ach Gottchen, ey Ach Gottchen Wir gehen aber weiter Einfach weitergehen Wen haben wir denn da? Haben wir da das Radar? Hatten wir da Hatten wir gerade Warte Habe ich da gerade den richtigen gesehen? Ne Das ist nicht das Radar Das ist nicht das Radar Das weiter weiter Nein Wird hier drauf bleiben Nein Bleib drauf Ok Einfach alles kaputt machen Kaputt machen ist immer gut Zack Einfach schießen Dein Ernst Zack Bisschen jetzt echt nochmal zurück Oh Mensch Zack 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 Hui Hui Mal hier rüber Schalter Runterschieben Wir haben noch vier Minuten Oh ich will echt nicht noch ein paar dran hängen Echt nicht Das Miau Zack Hier hin Zack Hier hin Achso Zack Ok das War eindeutig eigene Dummheit Mehr als eigene Dummheit Wer ist das da oben? Kannst du nicht gerne mal wissen Geh weg Alter Bam 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 Einfach kaputt schießen einfach alles hier Wie schnell er einfach schießt alter Bam 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 Holy Mauli Also das einmal wieder rüberschieben Das besiegt ok So Einfach kaputt schießen Einfach kaputt schießen Einfach richtig raufballern da Jo So Ding 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 Hä? Ok wie komme ich jetzt wohin? Hier? Ne auch nicht Achso warte mal Ich glaube so Und dann hier hoch Ja Das ist eigentlich eine ganz coole Sache Aber Achso Klonkrieger Das heißt ich komme hier wahrscheinlich rein Ja Ne hier war er zwei Äh er zwei Ja er zwei Hä? Hä? Wo muss ich jetzt ein Klonkrieger sein? Ähm Wo muss ich lang? Ach ne warte Hä? Oder? War das hier? Kann ich hier als Klonkrieger weiter? Ne hier war ich zwei drei Pion Ähm Ähm Hä? Also jetzt bin ich grad übel verwirrt Aber übel Ne hier war auch nichts mehr Hä? Wo musste ich denn als Klonkrieger weiter? Hier? Ne Kopfjäger Hä? Hä? Ja ich bin dumm oder? Ich meine ich weiß nicht dass ich dumm bin aber Hä? Lego Star Wars 830 Ist das Kino da hinten okay? Wir sind am Ende des Parts eigentlich angekommen Hä? Achta! Oh lol Ich will auch noch einen Hut Wir kriegen einen Klonkrieger Ach hier hinten! Ach Gottchen ey! Okay Joey kommt auch nochmal hoch Ende des Levels Ende des Levels? Ach das ist dieser Typ okay Der sieht komisch aus Oh Mann nein Kannst du dich nicht bewegen? Kannst du dich nicht bewegen? Ja doch kann er zu backen zu backen ist wahrscheinlich für mich einfach übel anstrengend Ich würde noch 50.000 Mal sterben Geht weg Geht weg Geht weg Geht weg Geht weg Da ist er hin Da ist er hin Habe ich ihn? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ja ich glaube ich habe ihn besiegt Okay Oh Endlich das Ende des Parts glaube ich Äh 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 Hat er ihm gerade Diesen Diesen Kopf ruppler da gegeben Was irgendwie eigentlich mega weh tut Ich weiß es nicht Hallo Todesstern Glaube ich Ne Noch nicht glaube ich oder? Ist es? Weiß ich nicht Ja Ich zeige es nicht Nein Komm her Ja Komm her 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 Ich zeige es nicht Simpli Das war krass So wen haben wir? Han Solo Das war krass Okay Okay. 12%. Wow. Ich bin begeistert. Aber gut, Leute. Das war's mit dieser Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein.